Mira wollen wir wieder was spielen? Ja. Was wollen wir spielen? Spiderman. Hier bitte schön. Duplo Spiderman haben wir da. Schmeiß raus. Pack mal aus. Du machst das aber schnell. Was sind alles drin? Was ist denn das Spiderman da? Ich muss mal erstmal was bauen. Echt? Kannst du das? Guck mal hier. Spiderman. Ich mach so. Und weg damit. Wie? So. Das ist doch nicht richtig. Doch. So ist das richtig. Du kannst das alleine bauen? Nein, das ist doch nicht so richtig. Nein, wie ist denn richtig? So richtig? Weiß ich nicht. Vielleicht. Wusstest du das? Das ist doch klar. Gucken wir mal. Was ist das hier? Was ist das? Weiß ich nicht. Klar. Absperren. Ja. Von dem Ball wie egal. Echt? Das ist von dem Ball wie egal. Ja. Warte Papa. Ich warte. Aber das ist nicht richtig. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Da. Guck mal hier. Hier mal das Blaue her. Ja. Dann musst du das. Oh, wo ist der Auto? Hier. Wie? So. Hier guck mal. Ich hab die Anleitung gefunden. So. So. Erstmal Auto zusammenbauen. So. Erstmal Auto zusammenbauen. Ich hab so. Nee. Das kommt nicht so. Das ist doch falsch. Weg. Weg. Aber das ist schon mal richtig. Ja. Da drin muss aber so ein blaues. Wo ist das? Hier. Das muss da rein. Das muss da rein. Ja. Da kann man da rein. Ich kann nicht. Soll ich helfen? Ja. Jetzt drin. Und jetzt? Ach, das hast du schon gemacht. Die nächste Seite. Jetzt musst du das. Das? Da hinten machen. Mach da raus. Das ist das hier. So. Wie ist das hier überhaupt? Ja. So. Ja. Und jetzt blaues drauf. Ja. Und jetzt? Das reicht. Das reicht. Jetzt machen wir hier das. So. Ich mach das hier. Ach so. Ich mach das hier drauf. Ja. Ja. Und jetzt? Das reicht. Das reicht. Jetzt machen wir hier das. Baba Yaga. Ja. Aber da muss man noch was absperren. Was? Da. Guck mal wie das da. Guck mal wie das ist. Das absperren. Ja. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen ja noch bauen. Hier. Jetzt kommt das hier so drauf. Guck mal da. Mach das mal drauf. Hast du es gemacht? Ja. Okay. Jetzt? Ah, wo ist das hier? Wo ist diese? Gibt man diese Schüssel da? Was ist das? Ähm. Ähm. Von sagen. Zum sagen. Ja. Ja. Also. Ja. Wo muss man das denn drauf machen? Erstmal muss man das da drauf machen. So. Ja. Er kommt das hier so. Ja? Ja. Jetzt kommt das da drauf. Das muss klick machen. So wie da steht klick. Klick? Ja. Klick, klick macht das. Mach mal. So. Das reicht. Hat klick gemacht? Ja. Ah. Jetzt hat klick gemacht. Siehst du? Klick gemacht. Klick. Warum macht das immer klick? Weiß ich nicht. Das muss klick machen. So. Jetzt hier den Anhänger ran. Machen wir den Anhänger da ran. Das muss auch klick machen. Da. Da? Ja. Mach mal klick. Nee. Ich kann nicht. Ich kann nicht klicken. Ich kann nicht klicken. So. Ich kann nicht klicken. Ich kann nicht klicken. Papa. Hast du klick gemacht? Ja. Ein bisschen. So. Nächstes. Kommt. Da. Kommt. Der. Kommt. Der. Kommt. Der. Kommt dabei. Ja. So. Und der kommt. Hä? Muss noch eins. Muss noch eins. Ich weiß nicht. Das ist dir vielleicht verloren. Hm. Nein. Jetzt muss das da so hin. Mach mal. Hier. Ja. Und da hinter dir ist das nächste. Da ist der Stein. Ist das der? Ja. Der muss auf diese Seite hin. Da hin. Ja. 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 Guck mal. Da ist der weiße Stein. Mach mal den. Wo muss man der hin? Ja. Der muss da hin. So. Den muss. Der muss da hin. So. Muss aber drehen. Richtig nicht. Siehst du. Guck mal. Da ist ein Computer. Computer? Das ist ein Computer. Ne. Ein Monitor ist das. Ah. Kann man da so. Da ist so ein Spider-Memory. Ja. Das ist die Baba Jäger aufgemalt. Ja. Die Baba Jäger. Ja. 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 Baba Joschka. Aber warum ist hier doch keins? Du musst auch noch was hin? Ja. So weiterblättern. Was ist eigentlich hier? Hier ist noch eins. Ah. Guck mal. Jetzt kommt das. Hier musst du jetzt die Türen machen. Schaffst du das alleine? Nein. Doch. Hier ist das Abstür. Mach mal du. Ich lasse. Erstmal die Hände mit Türen machen. Hm. So vielleicht. Nein. Vielleicht so. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Ist er schon groß? Wie alt bist du denn eigentlich schon? Hm. Wie viel ist das? Drei. Wie viel? Drei. Drei. Ja. Richtig. Also kannst du das auch schon? Vielleicht vielleicht. Vielleicht eigentlich. So. Ja. Warte. Warte. Das weiß ich nicht. Was weißt du nicht? Äh. Ich kann nicht. Nee. Soll ich machen? Ja. Aber das ist so schwer. Das ist so schwer. Was ist das? Wo muss man das hin? Na warte. Der ist noch nicht fertig. Wir sind noch nicht so weit. Erstmal müssen wir den jetzt da so drehen. Hier. Ja. Und jetzt die andere Seite. Jetzt die andere Seite. Soll ich auch wieder machen? Oder willst du versuchen? Ich will nicht. Nee. Soll ich? Ja. Aber das ist so schwer. Okay. So. Aber da muss der ist cool wo auch anders sein. Jetzt musst du wieder zumachen. So. Mach wieder raus. Oh. Oh. Jetzt hast du noch einen Stein. So ist noch ein Stein. Der muss hier. Auf der anderen Seite. Ja. Wo der rot ist. Ja. Jetzt Fenster. 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 Kommt da auf Fern. Auf dem Monitor. Hier. Ja richtig. Super machst du das. Richtig gut. Oh. Spiderman sitzt schon drin. Ja. Ja. Der winkt schon gar schon. Aber was ist hier noch? Wo kommt das denn hin? Das müssen wir mal überlegen. Hier ist noch ein Geld. Guck mal. Hier vorne kommt der Stuhl hin. Hier kommt der Stuhl hin. Ah. Das ist ein Geldtransporter. Mit Geld. Ich dachte das war ein Gefängnis. Ach so. Und das kommt jetzt hin. Ich gucke mal wie das geht. Ich gucke mal. Ja. Guck mal. Da muss Papi da rein. Wie muss das mal. Papi da rein. Papi da rein. Papi da rein. Ja. So. Da muss ich das wieder ausmachen. Ja. Wo kommt das? Ah. Guck mal das kommt da sein. Oh. Das muss ich schon weg machen. So. Antenne. So. Fertig gebaut. Ne? Ja. Das ging ja schnell. Das ist einfach ein Gefängnis. Ah. Das ist auch ein Gefängnis. Oder. Ja. Die Baba Ega. Die will das Geld klauen da. Ja. So geht das. Aber jetzt ist ein Gefängnis drin. Ja. Jetzt kann die ja kein Geld mehr klauen. Ja. Jetzt kann die ja kein Geld mehr klauen. Ne. Dann kann ich nicht. So. Jetzt kann ich ja kein Geld mehr klauen. Ja. Dinosaurier? Dinosaurier. Dinosaurier? Du bist doch richtig stark. Aber der sieht böse aus, ne? Ja. Der hat schon fast Rafa gespielt hier. Ja. Aber ich will auch gewinnen. Du willst, na gut. Jetzt wollen wir beide stärker. Ja. Jetzt wollt ihr gegen mich kämpfen, oder was? Jetzt habe ich mich verwandelt in ein Dinosaurier. Jetzt bin ich noch stärker. Das Spider-Man ist schon kaputt. Da ist Spider-Man. Ich habe Angst. Ich habe Angst? Ja. Die war zu stark. Und der Spider-Man war auch zu stark. Spider-Man? Der Spider-Man ist auch ganz schön stark. Das ist mein Werk. So voll. So voll. So voll. So muss man den Wagen wegnehmen. Und dann nehmen wir den Tollseck. Aha. Aber wo muss der Ding hier? So ist hier rein. Wo muss der Tollseck? Ja. Aber jetzt fliegt der. Ja. Jetzt fliegt der. Zeig mal wie der fliegen kann. Wow. So gut kann er fliegen. Und dann kommt Spider-Man. Auch angeflogen mit seinen Netzen. Und dann nehmen sie noch mehr. Und dann kommt er mit. Und kämpfen. das ist meine so nein nicht so nicht so oder 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 so wir haben zu Ende gespielt jetzt sagen wir wieder tschüss tschüss